Das ist ein kurzer Testaufbau wegen der DMX-Steuerung für die Relais. Das ist jetzt so eine Testbox, hier sind die drei Buttons für diese drei Relais drinnen und wenn ich jetzt am Button drücke, kann ich damit die Relais drinnen steuern oder mit dem Button alle drei, sprich angesteckt ist das Ganze über einen DMX-Anschluss. Die Daten sind über Data Plus, Data Minus und eben Ground, also man könnte auch einen ganz normalen DMX-Stecker verwenden, damit kann man wie bei der Lichtsteuerung direkt auch dann zum Beispiel das Licht bzw. das Signal für KNX steuern. Also wenn man zum Beispiel jetzt auslöst, sagt man, jetzt ist das Theaterstück oder das Video an, dann geht das Licht aber aus und wenn man wieder loslässt, schaltet es wieder aus. Geht mit dieser kleinen Box, dem X512-Decoder zu, in dem Fall drei Relais. Und geht sehr stabil, hat am Anfang ein bisschen Probleme bei der Anbindung gemacht, funktioniert aber jetzt sehr gut.